Nach den Mega-Erfolgen Captain Marvel, Avengers Endgame und Der König der Löwen, aber noch vor Star Wars Der Aufstieg Skywalkers, macht der Disney-Konzern seinen nächsten nahezu todsicheren Wurf in Sachen Kinodominanz. Denn Die Eiskönigin 2 kommt. Die Eiskönigin 2 Dieses Mal kommt der Film auch in Deutschland ohne lustigen Untertitel aus und die bisherigen Teaser und Trailer stimmen einen dunkleren Tonfall an, als noch bei Die Eiskönigin völlig unverfroren. Aus den Trailern lässt sich bereits jetzt ziehen, dass Königin Elsa ihre magischen Fähigkeiten weiter austestet und sich ihr Umfeld Sorgen macht, dass sie ihren Kräften verfällt. Oh, äh, abgelenkt. Beunruhigt? Kam dir Elsa irgendwie komisch vor? Sie war Elsa? Ich höre immer diese Stimme. Stimme? Was meinst du? Raub zu den Klippen! Ich fliege weg! So groß sollte die Sorge von Elsas Umfeld aber nicht sein, denn bei einer der bislang veröffentlichten Soundtrack-Previews hören wir Elsa singen, dass sie den Ruf des Abenteuers hört, ihn aber zu ignorieren versucht. Was uns zu einer anderen Sorge bringt, die wir aus den Trailern kennen. Einer der Steintrolle legt die Stirn in Falten, weil Elsas Kräfte wohlmöglich nicht stark genug sind, um das Geheimnis zu lüften, das unsere Helden ins Unbekannte lockt. Was auch immer uns dort erwartet, eins wissen wir schon, wie Disney bereits im Pressematerial mitteilt, spielt die Eiskönigin 2 drei Jahre nach Teil 1. Damit verging in der Filmwelt nur halb so viel Zeit wie in der realen Welt, in der wird ja seit Jahren von vielen Fans über folgende Frage diskutiert. Ist Elsa lesbisch? Oder sollte Elsa im zweiten Film als lesbisch enthüllt werden? Lange haben die Filmschaffenden über dieses Thema geschwiegen, aber im großen Schneesturm an Frozen-Informationen finden sich dann doch zwei Schneeflöckchen, die damit zu tun haben. So urteilte Regisseurin Jennifer Lee bereits 2014, dass sie keine klare Antwort über Elsas Sexualität geben will, da ihre Geschichte und die Interpretation den Fans gehöre und sie eben interpretieren sollen, was zum Beispiel Lass jetzt los bedeuten kann. Sie selber will dazu nichts sagen. In den Jahren seither hat man sich diesbezüglich wohl aber auch nicht umentschieden, denn diesen August erklärte Songwriter Kristen Anderson-Lopez, wie schon im ersten Film wird Elsa nicht durch ein romantisches Interesse definiert, es gibt so viele Filme, die eine Frau darüber definieren und das ist nicht die Geschichte, die wir jetzt erzählen wollen. Worüber sich Filmschaffende aber geäußert haben, ist der Poster-Mini-Skandal des Junis 2019. Was? Habt ihr nicht mitbekommen? Nun, Naturwissenschaftsexperte und Berufsbesserwisser Neil deGrasse Tyson kritisierte, dass Disney im Teaser-Poster zu Die Eiskönigin 2 einen Fehler gemacht hat. Im Poster zu Teil 1 sei die Schneeflocke noch wissenschaftlich korrekt, nämlich ein Hexagon. Im Poster zu Teil 2 sei das auf einmal falsch. Jennifer Lee erwiderte, DeGrasse Tyson hat recht, was nur bedeuten kann, dass auf dem Poster zu Teil 2 wohl keine Schneeflocke abgebildet sein kann. Seither haben Fans kombiniert, dass das Poster ein stilisiertes Veivisir abbildet, ein isländisches Symbol aus der Zaubertradition des 17. Jahrhunderts. Direkt übersetzt heißt es Wegweiser und in einem sehr alten isländischen Manuskript heißt es, wenn dieses Zeichen getragen wird, wird man sich niemals in Stürmen oder schlechtem Wetter verlieren, selbst wenn der Weg nicht bekannt ist. Das wird ja wohl kein Zufall sein, wenn dann auch noch die neue Kreativchefin von Walt Disney Animation Studios explizit auf dieses Poster hinweist. Lee, die schon an Teil 1 beteiligt war, inszenierte Die Eiskönigin 2 zusammen mit Chris Buck, der auch bei Teil 1 zusammen mit ihr auf dem Regiestuhl saß. Das Skript stammt von Lee und Alison Schroeder, der Autorin von Hidden Figures und Christopher Robin. Schroeder wurde an Bord geholt, als Lee zur Kreativchefin der Walt Disney Animation Studios befördert wurde und somit auf einer Hochzeit mehr tanzen musste als zuvor. Das ist normal. Lee durchlief nach eigener Aussage sechs Story-Entwürfe und hatte, wie sie und Buck auf der Disney Expo D23 enthüllte, das Ziel, alle Fragen zu beantworten, die Teil 1 offen ließ. Wieso hat Elsa magische Kräfte? Wieso hat Anna keine? Und wo sind die Eltern der beiden hingereist, als ihr Schiff unterging? Darüber erfahren wir wahrscheinlich mehr in einem Flashback, denn dass Annas und Elsas Eltern in Rückblenden vorkommen, ist bereits bestätigt. Irgendjemand ruft uns. Wer ist es? Was willst du mir damit sagen? Die Riesen! Und sie sind riesig! Versuch nicht zu schreien! Maddie hat eine verführerische Macht. Ohne dich verliert sie sich vielleicht darin. Ich glaube fest an dich, Elsa. Egal, was passiert. Wenn ihr jetzt denkt, schon zu viel zu wissen, kann ich euch beruhigen. Disney-Expertin Jenny Nicholson besuchte eine Die Eiskönigin 2 im Merchandise-Event und hat dabei zwei wichtige Infos herausgefunden. Laut Nicholson wacht Disney noch strenger über Spoiler zu Die Eiskönigin 2 als über Star Wars Episode 9. Und wie sie twitterte, hat Disney daher noch nicht sämtliche Garderobenwechsel von Anna und Elsa enthüllt. Üblicherweise sorgt ja Merchandise für Info-Leaks, selbst bei den großen Franchises. Aber im Falle von Die Eiskönigin 2 soll Disney für Merchandise vorerst die Kleidung gesperrt haben, die Anna und Elsa am Ende des Films tragen. Was das zu bedeuten hat? Wir finden es heraus ab dem 20. November 2019 im Kino. Wir hatten immer Angst, dass Elsas Kräfte zu stark für diese Welt sind. Jetzt müssen wir hoffen, dass sie ausreichen. Ich werde nicht zulassen, dass hier etwas geschieht. Die Eiskönigin 2 Freut ihr euch denn schon auf Die Eiskönigin 2? Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja Bescheid. Lasst gerne ein Like da, aktiviert die Glocke und wir hören uns schon sehr bald wieder. Ciao!